Dieses wunderschöne Einzelhaus wurde ursprünglich ca. 1955 mit Einliegerwohnung gebaut. Heute präsentiert es sich in einem gepflegten und regelmäßig modernisierten Gesamtzustand mit ganz eigenem Charakter und schönem Altbauflair. Das Grundstück ist herrlich eingewachsen und bietet dank prächtiger Hecken viel Privatsphäre. Sie schauen von der Terrasse und dem Balkon in einen großen und schönen Garten, der mit dem kleinen Teich einen wunderbaren Anblick bietet. Typisch für das Baujahr haben die Kelleraußenwände teilweise Feuchtigkeit gezogen. Hier sollte perspektivisch eine Abdichtung erfolgen. Ansonsten befindet sich das Gebäude in einem gepflegten Zustand. Sind Sie auf der Suche nach einem Einzelhaus oder einem Mehrgenerationenhaus oder wollen Sie eine Wohnung selbst nutzen und die zweite als Kapitalanlage vermieten? Diese Immobilie bietet Ihnen einen bunten Strauß an Möglichkeiten. Sie können entscheiden, welche Nutzung aktuell oder in Zukunft für Sie passt.